ei gute wie grüß euch ein letztes mal von der hofbergmann 1 4 denn die vorbereitung beginnt heute für den umbau auf die 1 5 dafür werde ich erstmal die zeit stoppen dass hier auch wirklich nichts mehr weitergeht und da wären wir auch schon bei einem der drei wichtigsten tools gewesen oder sagen wir mal 44 wichtige tools für einen solchen umbau das eine ist hier easy def damit war ja so ein paar sachen dort schon anpassen können auf der anderen seite einen guten editor um xml dateien zu bearbeiten und zu guter letzt ein stift und ein zettel und damit fangen wir jetzt im prinzip an wir werden uns hier alles aufschreiben welches datum haben wir wieviel uhr welcher kontostand unsere füllstände nicht nur vom silo sondern generell wie viele tiere wie viele paletten haben wir hier rumstehen und so weiter und so fort teilweise werde ich mir zwar vermutlich sachen aufschreiben die ich mir mit xml nachher rüber kopiere die ich also gar nicht bräuchte aber lieber zwei drei sachen zu viel aufgeschrieben als dass am ende irgendwo was fehlt und ja dann natürlich auch ganz wichtig schreibt euch auf welche farmlands gehören euch alle und dann natürlich auch auf den farmlands vorbeischauen so machen wir mal grad beispielsweise hier drüben hier hingehen und euch aufschreiben auf dem feld auf dem feld auf dem feld was habt ihr hier drauf in dem fall gerste es ist in der wachstumsphase drei von sechs es ist 100 prozent gedüngt es ist aber nicht gewalzt und das war halt ihr seht ihr ertrags bonus ist quasi plus 95 prozent dass wir uns das eben auch genauso wieder herstellen auf der 15 denn wir müssen damit dort alles funktioniert einen neuen spielstand anfangen aber diesen neuen spielstand werden wir dann so umbauen dass es so aussieht als hätten wir den hier einfach weiter gespielt das ist der ganze trick dabei und ja ich würde sagen ich fange dann mal an mir die ganzen sachen aufzuschreiben und dann sehen wir uns gleich wenn es weitergeht bis dann so circa eine halbe stunde und drei zettel mit vorder und rückseite später habe ich das spiel beendet habe den mod ordner gewechselt bzw eben die mods im mod ordner gewechselt auf die neue 15 und dann nehmen wir uns neuen freien speicherplatz und da ich ohne fahrzeuge beginnen will wir werden uns unsere fahrzeuge natürlich wieder draufsetzen starten wir im fahrmanager hier seht ihr auch v1500 final da wollen wir starten ja dann wähle ich mich wähle ich mir wieder die mods aus die ich eben oder bzw ich habe ja alle mods drin und guck jetzt was brauche ich nicht den saddle track werde ich hier nicht brauchen den kann man rausnehmen dann was habe ich denn noch hier drin was man nicht unbedingt brauchen da war doch war doch noch irgendwas pamsen hoses brauche ich hier nicht ach siehste genau das neue dlc oder das letzte dlc das brauche ich auch nicht das war das farm equipment pack wo haben wir denn das das haben wir da production so farm production und der rest müsste eigentlich alles in verwendung sein also gehen wir auf starten und ja das lädt jetzt natürlich einen kleinen moment ihr kennt das ja und deswegen würde ich sagen ich mache hier nochmal einen kleinen cut und wir sehen uns gleich auf der map wieder bis dann so und da hat es fertig geladen wir gehen rein und ja wir sehen wieder so aus das passt schon das erste was wir hier wieder machen ist erstmal die zeit stoppen so dann können wir hier ein stück nach vorne gehen und jetzt haben wir uns aufgeschrieben wir hatten januar also wollen wir erst einmal in den januar gehen wir hatten 15 uhr 23 also gehen wir auf 15 uhr einmal dorthin bitte ja ich bin sicher dass ich das will gut dann sind wir schon mal im januar dann können wir ja jetzt die zeit noch mal kurz vorlaufen lassen bis wir auch die 15 23 haben ja wetter ist jetzt ein bisschen anders aber da dran solltet nicht liegen so das wollte ich nicht das war die f11 noch jetzt können wir wieder die zeit stoppen so dann haben wir das schon mal so weit wieder gerichtet ja was natürlich immer noch nicht stimmt ist die anzeige welches jahr hat er aber ja auch in der 1 4 schon nicht gestimmt und hatte die ganze zeit jahr 1 angezeigt also von dem her das beachten wir gar nicht weiter so dann unser konto wir hatten einen kontostand von 70 306 auch das stellen wir uns schon mal ein auch das passte soweit wieder und eine kleinigkeit muss ich jetzt noch beachten es könnte sein ich hatte hier neben hatte stehen die transport kisten für die kaninchen oder auch die die hühner die ich da rein packen kann also hier hier ist das klein tier transport diese kisten bei denen muss ich jetzt gucken das kann natürlich sein dass die jetzt hier im regal dann drin stehen und hier hinten hatte ich irgendwo in der ecke auch das fahrrad das kann sein dass das dann auch wenn ich das wieder herstelle da so ein bisschen im regal drin steht ja wenn wenn es passiert und wir es da nicht mehr rauskriegen dann muss ich da in der xml halt noch mal eingreifen aber ansonsten sollte das erstmal jetzt so passen das heißt der nächste ganz 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 wichtige schritt ist hier hinzugehen ach so was war eigentlich was wir machen könnten bevor wir uns den kontostand herstellen mal dann machen wir hier machen wir noch mal zwei millionen dazu das wäre nämlich die farmlands könnten wir uns ja schon mal alle holen so ich habe besessen farmland 1 kaufen ich hatte farmland 2 ich hatte die 6 ich hatte die 4 ich hatte die 15 ich hatte die 16 ich hatte hier unten bienen wir hatten hier hinten diese wiese wir hatten hier den ziegen und schafstall wir hatten die brauerei und wir hatten den garten so dann hatten wir die ganzen angel plätze den da habe ich schon ja und und eine sache ich werde es jetzt noch nicht kaufen ich will es aber mal gucken was kosten das ach das ist ja gar nicht so viel so dann hatten wir hier die 86 wir hatten hier oben die 31 genau mein kontostand ist zu niedrig wenn sie noch mal ein bisschen bisschen was hinzufügen bisschen was hinzufügen so da hat er noch gereicht aber hier die 31 nicht mehr so wir hatten hier die kirchen wir hatten hier die hopfenreben wir hatten hier oben die 64 noch so 60 66 64 31 86 die ganzen angel dinge das geht runter bis 45 ja 20 65 55 55 55 hatten wir auch wo bin ich da 16 15 12 11 6 2 4 1 ja wir sollten alle farmlands haben gut dann jetzt den kontostanden nochmal herstellen 70 306 gut und das speichern wir jetzt erstmal so ganz ganz wichtig und ach was wir eigentlich auch noch machen könnten dass es auch schon mal gespeichert ist sind unsere einstellungen also autosave will ich nicht ich mache das selber wirtschaftsschwierigkeitsgrad hatten wir auf einfach damit es ein bisschen schneller vorangeht ja wachstum an einen tag wenn der winter raus ist werden wir auch an den zweiten tag gehen schnee hatte ich ausgeschaltet dass der nicht auf dem boden liegen bleibt hatte ich keine lust drauf lesesteine gibt es auf der map sowieso nicht den rest hatten wir alles an der automatischer motorstart hatten wir definitiv nicht der rest dürfte soweit passen hier bin ich mir nicht sicher ob ich kaufen hatte oder nicht aber was soll's wartungskosten und wartungsintervall ach das kann eigentlich alles auf 100 bleiben wir haben ja unseren unseren reparaturträger und auch hier erweitert das kreditsystem das kann soweit eigentlich bleiben haben wir hier noch irgendwas was wir einstellen müssen ne eigentlich das sollte passen gut drücken wir nochmal speichern und dann müssen wir das spiel verlassen und müssen xml dateien bearbeiten und jetzt kommt der part der ist am schlimmsten deswegen überlegt euch ob ihr so einen spielstand umschreiben wollt oder nicht weil jetzt geht es darum mir die ganzen fahrzeuge und so weiter alles mit rüber zu nehmen und ja zu guter letzt dann eben nochmal zu gucken genau was ich hier auch noch machen kann ist so hofsilo und die ganzen produktionen die füllstände das werde ich auch gucken dass ich mir das übertrage und dann zu guter letzt werden wir dann nochmal über die map laufen und ich werd gucken kisten und big bags und so weiter was wir auf der map rumstehen hatten das werden wir dann auch teilweise über easy dev uns dann nochmal spawnen lassen müssen genauso zum beispiel der mist der im in der mist card auf dem hof drin war den werden wir uns wohl auch über easy dev dann wieder herstellen müssen gut ich werde erstmal hier vorbereiten dass wir ins xml reingucken und da sehen wir uns dann gleich wieder so und da sind wir auf dem desktop save game 2 ist das alte save game save game 3 das neue jetzt können wir schon mal ein paar dateien sogar komplett einfach ersetzen überschreiben zum beispiel die collectibles also die sammelobjekte die haben wir ja alle gefunden das heißt da gehen wir einfach hin sagen hier rechtsklick kopieren gehen hier rüber sagen rechtsklick einfügen ersetzen ja und damit weiß das neue save game ok die waren alle schon gesammelt die werden nicht mehr angezeigt da gleich haben wir zum beispiel auch bei els loans wenn wir uns das mal öffnen sehen wir hier das ist unser kreditsystem da steht zum beispiel drin dass gerade 3,3 prozent sind dass wir maximal also die einstellungen die wir machen können das war hier dynamisches system haben also dass sich der zinssatz dynamisch verändert dass wir maximal 20 jahre sind das glaube ich kredit aufnehmen können und wir sehen hier die beiden kredite die wir haben einmal hier eben der der noch offen ist den wir noch abbezahlen momentan und der obere war der erste den haben wir ja bereits schon erledigt der ist fertig gut das heißt diese datei können wir uns auch einfach mitnehmen statt rechtsklick könnte auch einfach strg und c das war falsch strgc zum kopieren gehen hier rüber strgv zum einfügen der ist ersetzt dann gucken wir mal weiter was haben wir denn noch guidance steering da sind bestimmt unsere kurse genau da sind unsere drei kurse die wir mal erstellt haben drin gespeichert das heißt das wäre ja auch schön wenn wir die im neuen savecam drin haben können wir einfach ersetzen kopieren einfügen zack bumm und ich glaube das war es leider auch schon was wir so einfügen und ersetzen können das nächste wird eben sein auf jeden fall unsere ganzen fahrzeuge die vehicles da müssen wir dann eben schauen und zwar müssen wir hier immer schauen das ist das schwierige wir können nicht einfach alles oder ich möchte nicht einfach alles kopieren und in dem anderen ersetzen weil ja vielleicht auch neue fahrzeuge von der map selber hinzu kamen das heißt ich muss hier immer so ein bisschen gucken was ist denn das genau ist das ein fahrzeug was standardmäßig auf der map schon war also firmeneigentum oder ist das was was ich dazu gekauft habe und das macht die sache leider sehr 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 schwierig und hier jetzt bei dem fahrzeug da bin ich mir sicher dass habe ich mir nicht dazu gekauft dann kann ich das zum beispiel so hier schon mal weg klicken kommen zum nächsten gucke hier was ist das und ja muss dann ebenso nach und nach durch gucken wenn ich dann ein fahrzeug habe wo ich definitiv weiß dass es von mir so da gucken wir jetzt mal da 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 wir gehen mal ein bisschen schnell durch hier könnten jetzt zwar schon fahrzeuge dabei sein diebe tatsächlich die ich gekauft habe ich werde das dann gleich ohne aufnahme und manchmal in aller ruhe Ich würde jetzt nur gern mal, um das zu zeigen, wie das Ganze dann geht, zu einem Fahrzeug kommen, was ich tatsächlich gekauft habe. Da würde mir, da gehen wir glaube ich mal ziemlich weit runter, da würde mir der Waltra einfallen. Ah, hier unten sind erstmal nur Paletten, Butterbox, Tralala. Ja, also hier ist halt wirklich viel, 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 viel drin. Deswegen, das ist halt, das ist die Aufgabe, die Fristzeit. Also ich denke mal hier, so eine Stunde, vielleicht auch zwei, wird man hier dran sitzen, Produktionen und Fahrzeuge sich alles umzuschreiben. So, hier haben wir auf jeden Fall, ah, das ist der Unimog. Der Unimog ist auch super. So, das heißt, hier haben wir noch ein Fahrzeug, das ist definitiv mir. Und da muss ich mir jetzt alles, was zu diesem Fahrzeug gehört, muss ich mir kopieren. Also einmal hier unten bis wieder mit Slash Vehicles das Ganze endet. Einmal kopieren. Und dann brauche ich aus dem Save Game 3 die Vehicles Datei. Scrolle hier auch wieder bis ganz nach unten. Und dann gehe ich hier nach dem letzten Vehicles hin, einmal Enter und füge das Ganze ein. Damit wäre das jetzt hier einfach, ja, nach dem Vehicle hier unten als nächstes angefügt. Muss dann natürlich die Datei wieder speichern. Und ja, nur rein zum Test gehen wir gerade noch mal schnell ins Spiel und gucken uns das an. A, ob unser Kredit übernommen wurde. Und B, ob der Unimog da ist. Und den Rest würde ich dann tatsächlich in aller Ruhe ohne euch machen. Wir sind ja auch schon bei fast 20 Minuten. Also reicht ja dann auch. Wie gesagt, wenn ihr das selber machen wollt, habt ihr jetzt so gesehen, ähnlich ist es dann halt auch nochmal in anderen Dateien, wo ihr dann eben schauen müsst bei Placeables und so weiter. Da müsst ihr überall mal reinschauen, wo da irgendwelche Sachen drinstehen, die zur Map dazugehörten. Und natürlich ganz wichtig, damit man das auch wirklich gut machen kann, solltet ihr da vielleicht auch schon ein bisschen Ahnung von haben. Und nicht das erste Mal mit einer XML zu tun haben oder hier im LS in XML irgendwas ändern. Dann macht ihr euch wahrscheinlich mehr kaputt, als dass ihr euch helft. Dann fangt ihr besser doch komplett von vorne an. Gut, wir laden nochmal kurz das Spiel und gucken, ob der Unimog und der Kredit da ist. Und ja, dann sehen wir uns gleich nochmal. So, da sind wir auch wieder im Spiel gelandet. Gehen wir als erstes mal hier auf Kredit und sehen. Ah, guck mal, unser Kredit ist da. Der Abbezahlte ist auch da, wenn wir ihn einblenden. Also das wurde wunderbar übernommen. Und der Unimog müsste hier hinten, übrigens hier die Mauer, wenn ihr die nicht haben wollt, einfach draufstellen hier neben. Und linke Maustaste könnt ihr die ausblenden. So, und wir gucken hier hinten. Hier, da steht der Unimog. Seht ihr, da hat er den übernommen. Mit allem drum und dran. Also ihr seht hier, 8% dreckig. Wie viel Diesel war drin, wie ist er konfiguriert und so weiter. Alles übernommen. So kann man das machen. Ansonsten, wenn ihr euch mit XML nicht auskennt, könnt ihr natürlich auch hingehen und könnt euch hier über F12 einfach einen hohen Kontostand machen. Geht in den Shop, kauft euch eure Fahrzeuge wieder. Und ja, stellt die euch an den Platz, wo ihr sie haben wollt und so weiter, wo sie vorher standen. Und richtet euch dann das Konto. Also so könnt ihr das natürlich auch herrichten. Ihr könntet rein theoretisch auch die Fabriken. Wenn ihr hier wisst, PP1, PP2 und so weiter, was ist wo. Das könnt ihr euch übrigens hier auch anzeigen. Also PP1 ist Säulager, beziehungsweise Heutrockner. PP2 ist die Käseherstellung und so weiter. Dann müsst ihr halt da die ganzen Nummern wissen und müsst euch aufgeschrieben haben, wie waren die Füllstände, Eingang, Ausgang. Und dann könnt ihr hier jetzt zum Beispiel bei der Heutrocknung, könnt ihr hier hingehen und könnt bei Fill Level jetzt zum Beispiel sagen, Heu einstellen, hatten wir 12 Liter. Jetzt nur mal so aus Quatsch gesagt. Ja, geht hier auf OK und wenn wir jetzt zur Heutrocknung gehen, werden wir sehen, wir haben dort 12 Liter. Da siehe. Unten rechts Heu 12 von 250. Also das geht auch. Ich finde es mit XML leichter, weil ich hier mir halt tatsächlich genau merken muss, welche Produktion ist was. Aber wenn ihr mit XML halt nicht geübt seid, dann wie gesagt, geht das auch so. Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Morgen, dann in der nächsten Folge, werden wir auf der 1.5 durchstarten. Übrigens, wenn er sagt, ach hier ist beim Umbau, habe ich jetzt keine Lust auf das Schneewetter, stellt er euch einen sonnig. Stellt ihr einfach um. Sagt am besten Umgebung und Wetter nochmal neu laden. Und, oh. Okay, jetzt hat er aber auf August umgewechselt. Das hätte nicht sein sollen. Januar. 15 Uhr. Ja, ja. So, gut. Muss ich dann die paar Minuten, beziehungsweise ich werde jetzt wegen dem Heu auch, ich werde ohne Speichern rausgehen. Aber da könnt ihr euch dann eben auch das Wetter nochmal ein bisschen ändern, dass es dann vielleicht so aussieht, wie es vorher aussah. Gut, damit soll es das aber sein. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis morgen, 18 Uhr. Ciao, ciao.